Was bedeutet eigentlich, jemanden mit Markusaugen bewachen? Jemanden mit Markusaugen bewachen ist eine der ältesten deutschen Redewendungen überhaupt. Tatsächlich reicht sie zurück bis in die vorgeschichtliche Zeit, in der in Europa noch eine einzige gemeinsame Sprache gesprochen wurde, nämlich Proto-Indoeuropäisch. Gefangene, die beispielsweise wegen öffentlicher Meinungsäußerung oder anderer Rechtsvergehen ihre Strafe im Kerker verbüßten, wurden damals rund um die Uhr von Wärtern bewacht. Es gab dafür eine Tagesschicht und eine Nachtschicht. Es versteht sich von selbst, dass die Nachtschicht bei den Wärtern nicht besonders beliebt war. Die Nacht zog sich dahin und die Wärter schliefen mit fortschreitender Stunde immer wieder versehentlich ein. Das wiederum machten sich die Gefangenen zunutze, um unbemerkt aus ihrem Verlies auszubrechen und zu fliehen. Wenn also eine Nachtwache versehentlich einschlief, konnte das üble Folgen für sie haben. Ein Wächter, der besonders oft zur Nachtwache eingesetzt wurde, sein Name war Markus, nach dem populären König Markus Terentius, dachte sich für seine Nachtschichten einen Trick aus. Er malte auf Papyrus zwei Augen auf, schnitt sie aus und legte sie sich während der Wache auf seine geschlossenen Lider. Wenn die Gefangenen nachts aus ihrem Gefängnis schauten, um zu überprüfen, ob der Wächter schlief, sahen sie im Kerzenschein nur die weißen Papyrus-Augen leuchten und gingen davon aus, dass der Wächter seinen Job machte und, ja, eben wachte. Unser Wächter aber konnte die ganze Nacht durchschlafen, ohne befürchten zu müssen, dass sich jemand aus seinem Verlies an ihm vorbeitraute. Der Trick sprach sich bei den anderen Wächtern schnell herum und bald war bei der Nachtwache immer öfter davon die Rede, es so wie Markus zu machen, die Gefangenen also mit Markus' Augen zu bewachen. Heute verwenden wir diese Redewendung immer dann, wenn jemand eine Sache oder eine Person nicht richtig im Blick hat, sie also nicht aufmerksam mit seinen echten, sondern eben nur mit Markus' Augen bewacht. Untertitelung im Auftrag des ZDF,